Der ist glaube ich der Europass ist aus und dann ist 11 und 9. Ich weiß es nun gab es ja nicht gerade den Wind bei mir geschmott. Ich weiß es nun mal, das war die Zeit mal in der Fernstation und da mal den Windplatz. Da war ja der Windmacht im Feld. Wäre schön, wenn sie auch mal wieder im Feld einbringen. Weil mir persönlich gefallen ist. Aber bevor ich jetzt hiermit anfange, tue ich erst mal einfach so selbe. Und los gehts. Dann über die Reihe. Und wo war ich auch ja beim alten LS9 gehabt mal gefällt. Das war schon schön. So eine schöne Traktur. Aber einfach waren dann als Textur und Grafisch. Wäre ja toll, wenn sie mir mal so ein Fendt einbringen. Wie zum Beispiel so ein Fendt Fadna oder so ein Fendt Xerion. Riesentlich geil. Wie zum Beispiel so ein Fendt Xerion. Wie zum Beispiel so ein Fendt Xerion. Wie zum Beispiel so ein Fendt Xerion. So die richtig große. Trouen Fendt Xerion. Ich greffe das Strom. Jetzt glaube ich erstmal bei der Mischstation rein. Dann im בכel紹 «Gameue – Glas Tor» Jetzt hab ich mir endlich mal ein Versprechen, dass sie mitgefallen, um das Latte zu füßen zu haben. Damals hab ich es ja nicht mehr geblieben, weil es offen ist, weil es nicht mehr schützt wurde. Aber jetzt wird es ja gerade los. Die Fakten sind von der ersten Außenhammer. Das macht mich ärgerlich, dass sie dem Helfer nicht ein bisschen mehr Intelligenz kriegt. Denn bei dem steht KI wirklich für KEINE Intelligenz. Normalerweise ist es ja künstliche Intelligenz, aber bei dem ist es KEINE Intelligenz. So, wie gesagt, Giants brauchen für ein Konkurrenzprodukt, was wirklich konkurrenzfähig ist, damit jemand Druck kriegen. Weil ich glaub ja daran, dass wenn sie Konkurrenz haben, die ESSer denn machen wollen. Also, dass sie das Spiel verbessern wollen. Aber es gibt halt keine Konkurrenz. Da können sie ja theoretisch machen, was sie wollen. Und das macht einem gar nicht schrecklich. Weil der Agrars-Monate, finde ich, nicht nur 115 Monate offen. Auch der Landfuhr 2014. Das sind vielleicht alle grafisch. Aber eigentlich nicht. Auf der Seite sind die Schafe, da die Kühe. Und das ist die Mischstation. Ich könnte jetzt hier schon rauskippen, aber das will ich etwas anwenden müssen. Ich fahr lieber so ein bisschen ran. So. Das ist schon besser. Es wird jetzt noch schön eingesogen. Da sieht man den Vögelstand. Ich weiß nicht. Da kann ich drei Hände gehen. Ich glaube, ich schreie. Oder jetzt zwei Hände. Da. Da gibt's noch Gras und Silage. Und hier sieht man das dann. Hier kann man dann auch schön den Arm drehen. Wo ist er gerade da? Ich fahr den mal hier über den Trug. Ja. So sollte er hier schön den Trug treffen. Das ist für die Schafe, das ist für die Kühe. Da ist eigentlich ein Schluck aus. Ich finde das jetzt schon gut. Ich fahr mit dran. Aber jetzt ist komisch. Das ist die Frage. Aber ich muss jetzt was setzen. Das ist das alles. Das ist rot. Das ist das. Ist das anders? Kommen wir mal ab. Case Econ 731 Ja, dürfte jetzt genau voll werden Und der lebt wieder nach Wahrscheinlich sind das jetzt die vier Pferden, weil sie dringekommen sind Einmal 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 Das erkennt man halt kaum, weil es ist ja eigentlich das selbe Modell. So, und dann wieder zur Mühle. Nächste Halbestelle, Mühle. Hier werden die alle abgeladen und dann rutsche ich erstmal weg. Überhaupt nicht gefahren. Und, oder auch nicht. So, weiter geht's. Ich find's ja schade, dass die Gaststädte nicht wie in 13 Nationen Abkippsstation machen. Die Güterbahnhof, die Transportfirma, die Räderei, Windmühle und Getreidespeicher gibt's ja mehr nicht. Also für die allgemeinen Sachen gibt's natürlich noch spezifische, wie Biomasseheizkraftwerk für Holz. Wollte schon Pellets sagen, Packschnitzel und die Biogasanlage für Mais, also Silage. Hier geht die Animation ein bisschen durch die Hängerwand durch. 142.000 für die Hängerwand durch. 142.000 für mich jetzt glaub ich. Und da merkt ihr dran, wir gehen in Richtung Viehzucht. Hier auch schön Lenkrad und Deutzfahrer sind ja Lizenzpartner. Wir fahren mal zurück, ist grad relativ langweilig. Aber ich weiß, wir müssen es besser machen, indem wir einfach mal was langfahren. Da ist die Spinnerei, da kann man Wolle verkaufen. Ich will grad mal gucken, wie es an der alten Kuh weiter aussieht. Ich kann ja selber schon ein bisschen im Giant City da rumführen. Also ich würd's jetzt auch hinkriegen, hier noch so ein Feld anzubapschen, aber nicht so gerade rumführen. Ich krieg's auch hin, die Weiden zu verlegen, weil ich geh erst nicht hin, so hier sonst was zu machen. Das sieht mir ja mal wirklich sehr standardig aus. Ich find mir mal cool, wie das ist. Sobald die Silo-Textur ist noch hier drin. Das hätt' er besser bekommen. Hätt' er wirklich besser bekommen. Aber gut. Wir fahren nun weiter zur Biogasanlage. Und von da aus dann hoch zum Hof. Hier ist ein Wald. Ich bin ja eigentlich auch mal kurz an den Wald. Oder einfach nur, um es so schön zu sehen, hier liegen Blätter. Und alles um den Boden. Das ist auch ein richtig schön großer Wald. Auf der Karte. Hier kann man doch schön drüber hinfahren. Und das Waldleben kennenlernen. Wo führt uns dieser Weg hin? Oh, sie ist auf dem Platz. Mal sehen. Mal sehen. Eigentlich kann man ja relativ günstig in die Volkswirtschaft nicht spielen. Ich glaube, es werden wir auch mal drehen. Aber wir werden es ja nicht so übertreiben. Das ist wirklich schon viel verbrenzt. Ich fahr dann mal wieder aus dem Wald raus, sobald es demnächst möglich ist. Hier ist die Biogasanlage. Was ich hier eigentlich aber relativ katt befinde, ist hier. Ach, das hat er eingebaut. Das hier vor dem Ding ist ein Ramm. Weil da kam es ja nicht nur mit dem Radlader ordentlich dran. Da brauchst du ja ein Teleskoplader, um überhaupt nicht über diesen... Ich weiß halt, wie man es nennt. Einfach da, wo man das reinkippen kann. Und dann fahr ich schon mal hier rein. Und dann fahren wir noch zu kurz. Ich finde die Karte eigentlich sehr schön. Hier stehen ein paar Eichen. Da ist jetzt, wie gesagt, der Ruf, aber ich fahre noch mal, wie es geht. Das war hier.